In diesem Video möchte ich mit euch das Unternehmen ServiceNow aus den USA analysieren. Mit der Aktie von ServiceNow hätte man in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt jedes Jahr ungefähr 27% Rendite erzielt. Also wirklich eine der erfolgreichsten, besten Aktien auch aus dem S&P 500. Und natürlich auch ganz interessant, in den letzten 12 Monaten hat die Aktie bereits auch etwa um die 70% wieder zugelegt. Und jetzt fragt man sich natürlich, ist der Zug schon abgefahren oder kann man hier noch einsteigen bei der Aktie von ServiceNow? Wie sieht überhaupt das Geschäftsmodell aus? Ist die Aktie interessant, um jetzt noch ein Investment aufzusetzen? Wenn dich das Ganze interessiert, dann solltest du dieses Video unbedingt anschauen und dranbleiben. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren. Wir gehen jetzt gleich rein in das Video und schauen uns zunächst mal wie immer die Performance der Aktie an und vergleichen andere Unternehmen, die etwas Ähnliches machen, mit der Performance von ServiceNow. In diesem Beispiel haben wir jetzt hier Microsoft, Salesforce und als Vergleichsindex der S&P 500 Total Return Index. Alle Dividenden mit eingerechnet, damit wir gleich lange Spiesse haben. Also, in den letzten fünf Jahren hat Microsoft tatsächlich die Nase vor mit fast 290% Rendite in fünf Jahren. Dicht gefolgt von ServiceNow mit ungefähr 230% Rendite. Danach kommt der S&P 500 Total Return, etwa 98% Rendite und danach Salesforce 82%. Also, wirklich sehr hohe Rendite zahlen, gerade bei Microsoft und bei ServiceNow. Und von dem her gesehen natürlich ganz interessant, absoluter Top-Kandidat, mit dem man den breiten Markt mehr als geschlagen hätte. Jetzt schauen wir uns dieses Beispiel noch an. Was wurde denn aus 10'000 US-Dollar, wenn man diese vor zehn Jahren in das Unternehmen ServiceNow investiert hätte? Wir hätten sage und schreibe einen Kursgewinn von über 100'000 US-Dollar erzielt. Eine gesamte Rendite von 1'000%. Das wäre das Jahr heruntergerechnet etwa 27% Rendite gewesen in den letzten zehn Jahren, Jahr für Jahr für Jahr. Natürlich nicht jedes Jahr genau gleich. Viele Schwankungen dazwischen. Das ist natürlich ganz klar, sehen wir hier auch in dieser Grafik. Das geht nicht immer nur schnurgerade nach oben, sondern da muss man auch gewisses Sitzfleisch haben, um gewisse Drawdown-Phasen auch wieder auszustehen. Aber natürlich langfristig ein sehr, sehr gutes Investment gewesen. Was macht denn das Unternehmen ServiceNow genau? Ganz vereinfacht gesagt kann man sagen, dass das Unternehmen mit seinen Software-as-a-Service-Diensten Unternehmen hilft, schneller, effizienter, besser zu werden. Auch mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz, so ziemlich jeden Prozess in einem Unternehmen abzubilden, zu optimieren, Schwächen herauszufinden, das Ganze auch zu verbessern logischerweise. Sei das im Personalmanagement, sei das im Kundenmanagement, sei das aber auch in Prozessen, Unternehmen, welche für die Wertschöpfung eines Unternehmens wichtig sind, also im Sales-Bereich oder im Produktionsbereich. Das sind Unternehmen wie Microsoft etc., die die Dienste von ServiceNow nutzen. Das können aber auch kleine Unternehmen sein. Also es ist wirklich ein hochspezialisierter Digitalisierungsanbieter auf dem Markt, der einfach jedem Unternehmen helfen kann, ins Zeitalter der Digitalisierung endlich mal einzutreten oder dort einfach sich immer weiterzuentwickeln und man hat sich wirklich auch auf die Fahne geschrieben, an der künstlichen Intelligenz sehr schnell auch dabei zu sein und diese künstliche Intelligenz in die Dienste einzubinden, um dadurch auch IT-Systeme zu verbessern und eben jeglichen Ablauf, der da ist, einfach aufgrund von Big Data Schwachstellen zu erkennen und somit ist einfach eine Implementation von einer Software wie ServiceNow, also ziemlich für jedes Unternehmen extrem sinnvoll, weil irgendwann hast du einfach den Überblick nicht mehr über alle Prozesse und da brauchst du solche Dienstleistungen. Und deshalb ist das auch so spannend, weil ServiceNow kann durch das monatliche Gebühren verlangen von den Kunden oder auch ganze Jahresverträge und wenn du einmal in dieser Plattform drin bist, einmal dieses Ökosystem von ServiceNow nutzt, dann wirst du nicht so schnell wieder damit aufhören oder zur Konkurrenz wechseln, das ist ein wahnsinnig grosser Burggraben. Also, ganz vereinfacht gesagt, natürlich könnte man hier noch tiefer eintauchen, wenn du mehr dazu wissen willst, schau doch einfach auf die Website von ServiceNow, da findest du sehr viele Informationen dazu, aber ganz grob gesagt, ein Unternehmen, das im Bereich Digitalisierung tätig ist, im Bereich Künstliche Intelligenz und das somit bestens gerüstet ist für die weitere Entwicklung für die nächsten Jahre, wirtschaftlich, aber auch technologisch. Kurzer Überblick über die Kennzahlen von ServiceNow, aktueller Börsenwert 158 Milliarden US-Dollar, die Rendite der Aktie im Zwölfmonatszeitraum 76 Prozent, der Umsatz 2023 bei fast 9 Milliarden US-Dollar, das Wachstum dieses Umsatzes über die letzten fünf Jahre lag bei etwa 26 Prozent pro Jahr, der Gewinn 2023 etwa 1,7 Milliarden US-Dollar, der Wachstum des Gewinns über die letzten fünf Jahre im Durchschnitt über 33 Prozent pro Jahr. Also eine wahnsinnige Erfolgsstory hier, die ServiceNow, sehr schöne Wachstumszahl nach wie vor und deshalb natürlich absolut interessant, sich das Ganze mal im Detail anzuschauen. Also, kleiner Überblick, die grössten Cloud-Anbieter weltweit, also Cloud-Plattformen, da ist man mit ServiceNow auch dabei, aber es spielt natürlich nicht in der Liga wie Microsoft, Amazon, Salesforce oder Google, man ist hier ein bisschen abgeschlagen, man erzielt hier zwei Milliarden US-Dollar an Umsatz in diesem Bereich und wenn man das vergleicht mit Microsoft, da ist man hier deutlich kleiner und verglichen mit Amazon einfach so als grobe Richtlinie etwa zehnmal kleiner vom Umsatz her, aber doch einer der grössten weltweiten Player in diesem Bereich und hat hier natürlich auch noch nach wie vor schönes Potenzial. Also, die Ausgaben für Cloud-Dienste weltweit, die steigen auch entsprechend stark an. Mal so als Vergleich, 2017 waren das weltweit noch etwa 145 Milliarden US-Dollar, die man hier ausgegeben hat in diesem Bereich. 2024 soll das bereits auf fast 680 Milliarden US-Dollar ansteigen. Also ein wahnsinniges Wachstum in diesem Markt und da ist überhaupt kein Ende in Sicht. Die Prognosen, die gehen weiter nach oben, auch wenn man hier noch weiter in die Zukunft schaut, ein absoluter Wachstumsmarkt, in dem man sich hier befindet. Klar, man ist mit ServiceNow nicht ein reiner Cloud-Anbieter, man ist eher auch ein Anbieter von Software-as-a-Service, von Dienstleistungen, aber das Ganze einfach Cloud-basiert. Und diese Cloud-Dienstleistung, das ist natürlich das, was man dann auch als Unternehmen sich kauft, wenn man die Dienstleistung kauft von ServiceNow. Das Ganze immer natürlich auch schön in einem Jahresabonnement, wo man immer wieder neue, laufende Umsätze erzielt. Und wir sehen dann auch an einer anderen Grafik, dass einfach die Umsätze sehr, sehr gut sich immer wieder wiederholen. Also quasi die Bindungszeit, die Bindungsrate von Kunden, die Produkte von ServiceNow haben, die ist sehr, sehr gross, wie wir nachher noch sehen werden. Genau in dieser Grafik sehen wir das nämlich, wenn wir uns die einzelnen Quartale anschauen, also die wiederkehrenden Umsätze, die belaufen sich sage und schreibe auf 99%. Also quasi fast alle Kunden, die man gewinnt, die bleiben auch über längere Zeit bei ServiceNow drin. Das ist ganz typisch so, das sehen wir auch bei anderen Anbietern wie SAP, wie Salesforce. Weil der Aufwand hier alles in diese Plattform zu migrieren und da zu arbeiten, ist sehr, sehr gross. Und wenn man da mal drin ist, dann bleibt man da auch über längere Zeit drin. Also das Schöne ist, jeder Kunde, den man gewinnt, der kann man sehr, sehr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Umsatz im nächsten Jahr auch wieder vorhanden ist, tendenziell sogar ansteigt. Weil wenn das Unternehmen, die Kunden, die man hat, wenn die wachsen, dann wächst man mit diesen Unternehmen mit. Also ein sehr gut skalierbares Geschäftsmodell bei ServiceNow. Schauen Sie die Aktionärstruktur ganz kurz an von ServiceNow. Da gibt es auch nicht allzu viel darüber zu sagen. Wir haben keinen grossen Einzelinvestor. Das sind wirklich die klassischen Investmentfonds, die da investieren. Natürlich dann auch ihre ETFs bespeisen mit Aktien von ServiceNow. Also sehr klassische Aufstellung. Der CEO von ServiceNow, Bill McDermott. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hier sehen wir mal die Grafik, wo er bereits überall tätig war. Sei das als CEO oder sei das als Verwaltungsrat. Da war er schon bei SAP tätig. Er war aber auch schon bei Gartner, bei einem Beratungsunternehmen tätig. Bei Under Armour, bei Fisker, bei Zoom Video Communication. Er war immer ein bisschen in anderen Positionen, teilweise auch parallel in verschiedenen Unternehmen als Verwaltungsrat tätig und als Berater. Jetzt ist er hier seit Jahr 2019 bei ServiceNow als CEO an der Spitze eingestellt. Es gibt zu ihm eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Es gibt keine grossen Skandale. Er wird eigentlich von Experten da aussen als absolute, gut qualifizierte Führungskraft eingeschätzt. Mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Also keine grossen Probleme aus dieser Perspektive. Hier sehen wir ganz schön das Thema Umsatzentwicklung bei ServiceNow. Ich habe gesagt, das ist sehr gut skalierbar und das sehen wir halt hier wunderbar. 2016 etwa 1,4 Milliarden Umsatz. 2017 schon fast 2 Milliarden. dann 2,6 Milliarden, 3,5 Milliarden, 4,5 Milliarden, 6 Milliarden, 7 Milliarden, jetzt fast 9 Milliarden. Also es geht wirklich schnurgerad nach oben ohne Einbrüche. Selbst in der Corona-Pandemie, wo man bei vielen Unternehmen Einbrüche gesehen hat. Nein, ganz im Gegenteil. Die Digitalisierung schreitet immer mehr voran. Man kann hier weiter wachsen und das Umsatzwachstum ist sehr, sehr konstant. Schauen wir uns hier noch die Umsatzteile nach Segmenten an. Da können wir uns ganz kurz fassen. Das wird einfach aufgeteilt in mehr oder weniger zwei Sparten. Digital Workflow und dann noch der kleinere Bereich IT Operation Management. Das muss man jetzt aber gar nicht so grossartig anschauen. Schlussendlich geht es darum, um die Digitalisierung, um die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, von Mitarbeiterabläufen etc. Alles drum und dran. Könnt ihr auch gerne mal auf der Webseite anschauen, was man hier alles anbietet. Und deshalb lässt sich das auch nicht jetzt allzu fest verfeinern. Das macht hier gar keinen Sinn. Die Umsatzverteilung nach Regionen ist ganz interessant. Wir haben natürlich den Hauptfokus in den USA, etwa 60% des Umsatzes. EMEA, etwa 25,6%. Asia Pacific, noch etwa 10%. Also das ist so die typische Verteilung. Wir haben natürlich die grössten Unternehmen in den USA. Die hat man auch als Kunden. Deshalb der Umsatz hier. Aber es ist nicht so, dass man jetzt 90% der Umsätze in den USA erzielt, sondern doch auch ein beachtlicher Teil überall sonst auf der Welt. Also man ist eigentlich sehr gut aufgestellt international und profitiert da, wo die Unternehmen halt auch tätig sind. Die grossen Unternehmen vor allem, die halt wirklich diese Prozesse und diese Dienste brauchen. Jetzt schauen wir uns hier noch die Umsatzentwicklung an. Vor allem die Prognosen. Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft oder versuchen hier, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wir haben jetzt gesehen, 2021 ein Umsatz von fast 9 Milliarden. 2024 gehen wir dann schon auf die 11 Milliarden zu. 2025 wird 13 Milliarden prognostiziert. 2026 fast 16 Milliarden. Also ihr seht, die Wachstumsstory ist noch nicht vorbei. Man geht hier wirklich von schön weiter steigenden Umsätzen aus. Und das Ganze ist auch sehr gut prognostizierbar, weil halt diese Umsätze wiederkehrend sind. Wir wachsen mit unseren Kunden mit. Das macht das Ganze so, so interessant. Schauen wir uns hier noch die Margenentwicklung an. Wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, Ende 2023 eine Nettomarge von 19%. Sehr interessant natürlich. Gehen wir zehn Jahre zurück, da waren wir noch nicht profitabel. Da hatten wir noch eine Minusnettomarge von minus 17%. Also wir sehen, wir sind noch nicht allzu lange profitabel bei ServiceNow. Aber in den letzten Jahren hat sich diese Profitabilität dann massiv nach oben geschraubt. Sehen wir jetzt hier ganz gut an dieser Grafik die Gewinnentwicklung von ServiceNow. 2016 hat man noch einen Verlust erzielt. 2017, 2018 und dann 2019 ist dann der Sprung in die Profitabilität erfolgt. Und wir haben aber die Jahre darauf jetzt keinen Fokus gehabt, diesen Gewinn zu erhöhen. Man ist wirklich in der Wachstumsphase gewesen, wo man halt die ganzen Gewinne reinvestiert hat. Aber 2023 jetzt hier das erste Jahr mit einem wirklich beachtlichen Gewinn von 1,7 Milliarden US-Dollar. Jetzt schauen wir uns mal die Prognosen an. Der Gewinn pro Aktie, 2023 eben etwa diese 10,8 Dollar pro Aktie. 2024 gehen wir von über 13 Dollar aus. 2025 16 Dollar. 2026, da kratzen wir dann schon an der 20-Dollar-Marke. Also ihr seht die Gewinnentwicklung, gerade die Prognosen, die sind sehr, sehr optimistisch. Da geht man wirklich davon aus, dass jetzt die Rentabilität hier so richtig eintrifft beim Unternehmen. Die Genauigkeit der Prognosen, auch ganz interessant, wenn wir uns das mal quartalsweise anschauen, auf die Quartalsgewinne. Die Überraschung, die stattgefunden hat, eigentlich in den letzten Quartalen seit dem Q1 2022 hat man jedes Quartal eigentlich mehr abgeliefert, als das von den Analysten erwartet wurde. Gerade jetzt in den letzten paar Quartalen immer so 10 bis 16 Prozent über den Erwartungen. Also von dem her kann man natürlich auch ganz gut sagen, die Prognosen, die man stellt, die werden auch eingehalten, die werden sogar übertroffen. Also ähnlich wie wir das bei Nvidia haben, wo man quasi die Prognosen schon immer denkt, die sind aber schon sehr hochgesteckt, schafft man es dann tatsächlich noch, das Ganze zu toppen. Und da kann man schon einen kleinen Ausblick machen auf die Bewertung, muss man sich natürlich überlegen. So ein Unternehmen, das so stark wächst und das so präzise seine Umsätze und Gewinne dann auch wirklich steigern kann, wird natürlich kein Schnäppchen sein von der Bewertung, muss man sich ganz klar bewusst sein. Dividende gibt es keine, können wir gleich überspringen. Schauen wir uns noch einen Blick, werfen wir noch einen Blick auf die Verschuldung, auf die Bilanz. Dieses Wachstum, das muss doch wahnsinnig teuer erkauft werden, denkt man jetzt. Man hat wahrscheinlich eine riesen Verschuldung. So ist es nicht. Wir haben Verzins zu Schulden von 2,2 Milliarden US-Dollar, dem gegenübergestellten Free Cash Flow von 2,7 Milliarden US-Dollar. Das heisst, in weniger als einem Jahr wäre man komplett schuldenfrei, wenn man die Free Cash Flows verwenden würde, um die Schulden zu tilgen. Also sehr, sehr gesund. Wir haben auch quasi die Situation, dass wir die Schulden komplett durch das Kernvermögen decken könnten, problemlos. Wir haben sogar die Situation, dass die Verschuldung seit 2017, also die verzinsten Schulden, rückläufig sind. Jetzt eine Schuldenquote von 12,7 Prozent. Also eine unglaublich solide Bilanz. Sehr, sehr solide. Auch die Goodwill-Positionen sind nicht zu gross. Man kauft immer wieder kleine Unternehmen dazu, sind aber keine grossen Klumpenrisiken, die man sich da reinholt. Auf der anderen Seite natürlich, irgendwo muss das Geld für das Wachstum auch herkommen. Das macht man quasi klassisch über den Aktienmarkt. Man gibt neue Aktien raus, man beschafft sich Kapital an der Börse. Einfach so ein kleiner Vergleich über die letzten zehn Jahre. Vor zehn Jahren waren etwa 135 Millionen Aktien ausstehend. Ende 2021 waren das 205 Millionen. Also die Anzahl Aktien hat sich natürlich erhöht. Das heisst, als bestehender Investor wird man ein bisschen verwässert. Ist das jetzt problematisch? Solange wir sehen, dass die Gewinne natürlich steigen, ist das absolut nicht problematisch. Also das ist einfach eine andere Art, sich Geld zu beschaffen. Anstatt dass man Fremdkapital aufnimmt, entscheidet man sich hier Eigenkapital. Über den Aktienmarkt Eigenkapital zu beschaffen, um das Wachstum zu finanzieren. Demgegenüber sind wir jetzt auch profitabel. Das heisst, wir können auch dieses Geld verwenden für das Wachstum. Deshalb sehen wir auch jetzt, dass die Aktien, die ausgebenden Aktien, sich eher ein bisschen verlangsamt haben. Wir müssen nicht mehr so viele Aktien rausgeben. Also die Verwässerungsgefahr wird auch immer kleiner. Und wir müssen ehrlich sagen, wenn die Aktie jetzt in den letzten 10 Jahren jedes Jahr um 27% zugelegt hat, ist das Thema mit der Verwässerung ehrlich gesagt auch absolut egal. Also nicht absolut egal, aber es ist absolut vernachlässigbar, weil schlussendlich kommt es auf die Rendite drauf an. Also von dem her gesehen, kein Problem hier auf dieser Seite. Überhaupt nicht. Schauen wir mal an, was die Analysten da draussen sagen. 40 Analysten haben eine Meinung abgegeben zu ServiceNow. Kein einziger Analyst empfiehlt die Aktie zu verkaufen. Alle empfehlen, die Aktie zu kaufen oder zu halten. Auf die Kursziele gehe ich gar nicht erst ein, weil die sind einfach ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Da wissen wir auch nicht genau, wann die Prognosen gesetzt wurden, wann die Preisziele gesetzt wurden. Deshalb lege ich hier überhaupt keinen Wert drauf. Aber das Gesamtbild sehr, sehr optimistisch. Also, jetzt schauen wir uns mal an, der faire Wert der ServiceNow 18. Ist die Aktie jetzt attraktiv bewertet oder nicht? Das Ganze ist nicht ganz einfach durchzuführen. Also, man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich nehme jetzt einen fairen Wert, basierend auf den Zahlen der letzten zehn Jahren und erreiche mir da einen KGV und daraus einen fairen Wert, weil das Unternehmen natürlich jetzt noch nicht so lange profitabel ist, erst jetzt in den letzten zwei, drei Jahren wirklich auch profitabel ist. Und vor allem auch erst seit einem Jahr so richtig profitabel. Deshalb dieser faire Wert, basierend auf dem KGV, natürlich sehr, sehr unpräzise. Da kann man sich vielleicht noch einen zweiten Wert dazunehmen vom Umsatz, weil der Umsatz, der ist ja schon lange sehr konstant. Und basierend auf den beiden Kennzahlen ergebe sich dann ein Renditepotenzial. Wenn man sich jetzt am Umsatz orientiert, wo man jetzt kurzfristig eher leicht überbewertet ist, hätte man trotzdem noch ein Renditepotenzial für die nächsten Jahre aufs Jahr gerechnet von 16 Prozent. Wenn man sich jetzt am fairen Wert dieses bereinigenden KGVs orientieren würde, wenn man aktuell relativ attraktiv bewertet, dann hätte man 26 Prozent Renditepotenzial. Also genau das, was man eigentlich in den letzten zehn Jahren schon jedes Jahr erzielt hat. Gehen wir jetzt einfach von dem eher konservativeren Fall aus, orientieren uns an dieser Umsatzkennzahl, dann hätte man eben ein Renditepotenzial von etwa 16 Prozent aufs Jahr. Das Ganze ist natürlich nur ein theoretischer Wert, eine reine Orientierungskennzahl, wo einem einfach so ein bisschen zeigt, wohin kann die Reise gehen, ist das interessant für mich oder nicht. Und da muss man ganz klar sagen, das Potenzial ist natürlich sehr, sehr, sehr gross. Genau, so würde ich hier vorgehen, eher einen kurzfristigen Zeitrahmen wählen für die Bewertung, weil die Situation heute total anders ist als vor zehn Jahren. Wenn wir jetzt hier die Bewertungskennzahlen anschauen vom fairen Wert, dann sehen wir, dass wir in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt ein bereinigtes KGV von 74 hatten. Aktuell sind wir bei 71. Also das sind sehr hohe Zahlen, wo man jetzt vielleicht sagen würde, hey, so ein hohes KGV ist absolut viel zu hoch, viel zu überrissen. Aber wir müssen das Ganze immer wieder relativieren. Eine reine Aussagekraft von einem reinen KGV alleine ist ein 71er KGV zu viel, ist es zu wenig. Das hat absolut keine Aussagekraft. Wir haben ein Geschäftsmodell, das sehr, sehr konstant ist, das sehr gut skalierbar ist. Wir haben sehr hohe Wachstumsraten vom Gewinn her, die nach wie vor intakt sind. Die Prognosen sehen sehr gut aus. Also das heisst, das ist natürlich absolut gerechtfertigt, dass so ein Unternehmen auch massiv höher bewertet ist, als ein Unternehmen, das vielleicht noch 10, 12, 13, 14, 15 Prozent wächst, das vielleicht auch vom Markt her nicht so in einem Bereich tätig ist, wo einfach noch viel Potenzial da ist. Ob jetzt das Ganze mit einem 71er KGV gerechtfertigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. De facto ist es aber so, wenn wir jetzt einfach auf diesem Bewertungsniveau bleiben, wo wir jetzt vom Aktienkurs sind, würden wir aufgrund, dass die Gewinne immer weiter anziehen, kommt das KGV natürlich immer weiter nach unten. Das heisst, wenn wir auf diesem Stand bleiben, wären wir bis etwa 2026 mit dem bereinigten KGV von etwa 39 bewertet und haben dann aber immer noch sehr hohe Wachstumszahlen beim Gewinnen. Das heisst, wenn man sich das vergleicht mit anderen Unternehmen, die deutlich weniger Gewinnwachstum haben, dann wäre das gar nicht mehr so abwegig. Also so kann man das betrachten, muss immer, wenn wir so hohe KGVs haben, muss man ein bisschen mehr Hirnschmalz mit reinlegen, mal wirklich das Geschäftsmodell durchstudieren, wie sind die weiteren Wachstumszahlen, kann aber nicht glasklar sagen, hey, wir haben jetzt bereits seit zehn Jahren eine konstante Entwicklung, können jetzt das Ganze basierend auf diesen KGVs sich errechnen. Deshalb die technische Analyse durchaus interessant, durchaus spannend, sich das so anzuschauen, weil hier kann man natürlich wie sich eine zweite Perspektive mit einholen. Ganz kurzer Unterbruch, bevor es mit dem Video weitergeht. Kleine Frage, fühlst du dich wohl mit deiner Anlagestrategie? Hast du bereits Geld an der Börse investiert oder hast du das vor zu tun? Dann empfehle ich dir, mit mir Kontakt aufzunehmen. Du hast die Möglichkeit, in einer 1-zu-1-Session mit mir persönlich kostenlos und unverbindlich über dein Potenzial an der Börse zu sprechen. Du kannst von meiner 15-jährigen Erfahrung profitieren. Ich kann genau auf dich eingehen, um herauszufinden, wie sieht es aus mit deinem Anlagehorizont? Bist du eher ein langfristiger Investor oder bist du eher der Typ, der sein Geld kurzfristig investieren will und kann und sollte? Weil das ist manchmal für einen persönlich gar nicht so einfach herauszufinden und da hilft es immer, wenn du jemanden hast, der dir mal hier über die Schulter schaut und deine Situation ganz nüchtern betrachten kann. Also, nimm das Angebot wahr, würde mich sehr freuen. Geh einfach auf meine Website www.matthiaschristen.com Melde dich an für einen kostenlosen Termin und wir sehen uns schon bald online 1-zu-1 gegenübergestellt. Würde mich sehr freuen, dein Matthias Christen. Jetzt geht es weiter mit dem Video. Gehen wir in die technische Analyse rein von ServiceNow. Genau hier der Wochenchart, also der sehr langfristige Chart seit Börsengang, etwa im Jahr 2012 war das, wo sich die Aktie eigentlich sehr schön in einem Aufwärtstrendkanal befindet. Ich habe jetzt hier bewusst mal diese graue Linie gewählt, die durchgezogenen grauen Linien. Das ist so ein bisschen der ein bisschen enger gefasste Trendkanal, wo wir sehr gut sehen, dass vor allem auf der unteren Seite die Aktie immer sehr sich gut daran orientiert hat, immer wieder hier abgeprallt in diesem Bereich und auf der oberen Seite habe ich jetzt hier eine Begrenzung, die etwas tiefer gezogen ist, wo wir uns immer wieder sehr gut orientiert haben. Lediglich dann 2021, 2022 hat sich hier eine deutliche Überbewertung dann auch aufgebaut. Die wurde dann abgebaut im Jahr 2022 und wir sind dann 2021 wieder an diesen unteren Bereich dieses Trendkanals hingekommen. Von da hat sich die Aktie jetzt wieder nach oben bewegt und wir finden uns jetzt hier innerhalb dieses Trendkanals. Das ist grundsätzlich gut zu werten. Ich habe jetzt hier bewusst aber noch den Trendkanal ein bisschen grosszügiger gefasst, gegen oben raus, weil wir hier immer mal wieder oben rausschiessen und das habe ich jetzt hier auch noch mit berücksichtigt. Das heisst, hier befinden wir uns etwa so im oberen Drittel dieses Trendkanals. Wir sind noch drin und das würde auch, wenn man das jetzt sich in die Zukunft projiziert, würde das auch für das nächste Jahr, ohne dass wir hier über diesen Trendkanal rausgehen, noch ein Renditepotenzial von etwa 5, 6, 27 Prozent ergeben. Also es deckt eigentlich so ziemlich genau auch die fundamentale Perspektive. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber etwas kurzfristiger an im Tageschart. Tageschart, folgende Situation, wir haben hier gesehen, die Überbewertung, die wurde jetzt abgebaut. Hier ein richtig schöner Abwärtstrend, der sich jetzt hier eigentlich seit Ende 2021 etabliert hat. Wir sind hier nach unten gegangen, immer wieder hier angestoßen und dann Anfang 2023 haben wir diesen Abwärtstrend nach oben, sind wieder ausgebrochen, richtig schöner Ausbruch stattgefunden. Wir sind nochmal zurückgefallen, genau wieder an dieses Ausbruchsniveau zurück und von da ging es dann nach oben mit einem relativ gut intakten Aufwärtstrend. Jetzt, Stand heute, haben wir auch eine wichtige Marke geknackt. Also nicht Stand heute, aber das ist jetzt in den letzten Wochen passiert. Wir haben dieses Allzeithoch hier von circa etwas, ja was war das? Ich habe das nicht genau aufgeschrieben, aber es war irgendwie etwas um die 710 US-Dollar wahrscheinlich, haben wir hier überschritten, sind kurz drang, wieder in die Korrektur und dann der schöne Ausbruch drüber und wir sind jetzt seitdem drüber geblieben. Das ist ein sehr schöner Widerstand, den man jetzt genommen hat. Und das Ganze natürlich momentan eine sehr schöne Situation. Langfristiger Aufwärtstrend, kurzfristiger Aufwärtstrend, mittelfristiger Aufwärtstrend, sieht alles wirklich sehr gut aus. Auch hier, wenn man sich die gleitenden Durchschnitte auf Tagesbasis hinzunimmt, ein sehr schönes Crossing hier unten. Das war dann hier etwa im April, Mai 2023, April 2023, um genau zu sagen, wo wir schon diesen Abwärtstrend durchbrochen haben, wo wir nochmal zusätzliche Signale bekommen haben für einen Einstieg. Das Ganze ist also wirklich sehr spannend gewesen in diesem Bereich. Und so kann man das Ganze sehr gut technisch umsetzen. Zum Fazit von ServiceNow. Das Ganze ist natürlich keine Anlageberatung, lediglich meine persönliche Meinung. Das Unternehmen profitiert sehr stark vom Digitalisierungsbedarf in ziemlich allen Branchen. Das wird definitiv zunehmen. KI ist ein grosses Thema, wo man bei ServiceNow sehr gut bespielt, wo man quasi sagt, hey, wir bieten KI-Dienstleistungen an, an Unternehmen, die das direkt in ihre Geschäftsprozesse implementieren können. Man hat eine sehr solide Bilanz, sehr gute Verschuldungssituation, eine sehr hohe Tilgungskraft, einen hohen Burggraben. Sehen wir einfach so, dass die Kunden halt sehr lange treu bleiben beim Unternehmen. Wenn man mal dabei ist, bleibt man auch dabei. 99% Bindungsrate, unglaublich hoher Wert. Das Ganze natürlich auf Quartalsbasis. Einen langfristigen Aufwärtszenten, der intakt ist. Einen kurzfristigen Aufwärtszenten, der intakt ist. Wir sehen, dass die Aktie fundamental einigermassen attraktiv bewertet ist. Also einfach bedingt auf den historischen Kennzahlen. Das Ganze aber nicht so, kann man jetzt nicht so bewerten, wie wenn man jetzt zum Beispiel eine Coca-Cola anschaut oder eine Texas Roadhouse-Aktie, wo das Ganze einfach seit vielen Jahren, das Gewinnwachstum relativ konstant da ist. Das haben wir nicht so. Aber wir können uns eine Umsatzkennzahl hinzunehmen. Und da kann man schon deutlich besser sagen, okay, die Bewertung nicht gerade ein Schnäppchen, aber die würde sich sehr schnell abbauen über die nächsten Monate und Jahre, weil das Unternehmen einfach sehr stark wächst. Gut. Also, wir haben ein überproportionales Renditepotenzial bei der Aktie von ServiceNow, jedoch auch eine hohe Fallhöhe. Also das bedingt einfach ein klares Risikomanagement. Das habe ich jetzt auch auf der Negativseite genommen. Die hohe Bewertung bedingt einfach weiterhin ein sehr starkes Wachstum. Wenn dieses Wachstum nicht so eintrifft, wie man das erwartet, weil wir haben ja bisher die Wachstumskennzahlen, die Prognosen immer übertroffen, wenn das so nicht mehr eintrifft, dann wird die Aktie auch mal relativ stark korrigieren können. Das muss man sich bewusst sein. Also dieses Renditepotenzial, das man sich hier ins Portfolio reinholt, das ist halt nicht umsonst zu haben. Das kommt einfach nur mit einer starken Volatilität einher. Man muss damit rechnen, dass man hier auch durchaus mal grössere Schwankungen hat, von 30 Prozent aufwärts. Da muss man einfach sagen, kann man das ertragen? Wenn man es nicht ertragen kann, muss man einfach ein sehr gutes Risikomanagement haben. Also man muss ein gutes Stop-Management haben. Was setze ich meine Stops? Verwende ich die Aktie eher für einen kurzfristigen Swing Trade, um einfach dieser starken Aufwärtsdynamik zu profitieren? Oder kaufe ich mir diese Aktien für mein Langfristportfolio ein? Da muss ich dem Ganzen ein bisschen mehr Luft lasten, muss schon einkalkulieren, dass hier ein bisschen mehr Schwankungen stattfinden, habe aber dadurch auch die Chance, eine berechtigte Chance, einen Markt, die durchschnittliche Marktrendite, auch zu performen mit einer solchen Aktie. Also, sehr interessant, wenn man solche Aktien ins Portfolio holt, muss man Risikomanagement für sich bereit haben, muss genau wissen, wie man das handhabt, idealerweise auch mit der technischen Analyse, sich Signale reinholt, wo kann man sich absichern, wo macht es auch taktisch Sinn, sich abzusichern, dass man nicht zu schnell ausgestoppt wird. Das Ganze ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also, wenn dir dieses Video, diese Analyse gefallen hat, lass mir bitte ein Like da, abonniere doch bitte diesen Kanal, es kommen wieder neue Updates zu Aktienanalysen, es kommen wieder neue Analysen, allgemeine Themen zu Aktienbörse, Vermögensaufbau. Und wenn du für dich mal lernen willst, wie du das Thema angehen kannst, damit du gute, qualitative Aktien in dein Portfolio holst, zu einem attraktiven Preis, damit du die Möglichkeit hast, hier sehr gute Renditen zu erzielen, dann schau mal vorbei auf meine Website, www.matthiaschristen.com, melde dich an für ein unverbindliches, kostenloses Beratungsgespräch, dann sprechen wir mal darüber, was möglich ist, aus einer kurzfristigen Perspektive, aber auch aus einer langfristigen Perspektive, um ein Portfolio aufzubauen, mit guten, soliden Qualitätsaktien, die aber ein überproportionales Wachstum mitbringen und somit auch eine sehr gute Rendite. Also, wenn dich das interessiert, schau vorbei, wende dich an mich, wir sprechen mal darüber, was hier möglich ist. Mich würde es sehr interessieren und freue mich, dich kennenzulernen. Ich habe immer wieder grosse Freude dabei, mit Leuten zu sprechen, über ihre Strategie, über meine Strategie, wie ich hier vorgehe und ich würde mich sehr freuen und danke dir für deine Aufmerksamkeit. Dein Matthias Christen.